Ja, und sie war gestern Abend nicht dabei, denn sie ist heute erst eingeflogen. Melanie Griffith, good evening. Good evening. It's great to have you. Last year, unfortunately, you couldn't make it. I had the pleasure to celebrate with your husband, Antonio Banderas, and he told me about this extraordinary energy he loved around this evening. What about you? Do you feel the same? I am feeling the same. Ich fühle es ganz genauso. It's just sort of starting, right? Exactly, yeah. We're very excited to see the whole thing. We're really grateful that you want to join us in the battle against HIV and AIDS. Why do you want to express your eyes with the life ball? Why do I want to what? Why do you want to express your eyes? What is your personal... ...the situation for being here? Ich glaube, ein Teil davon zu sein ist wichtig. Ich habe vier Kinder. Sie wurden in diese Welt geboren, als es AIDS bereits gab. Und natürlich sind wir alle, haben wir alle Angst davor. To being here in this world, than I did anyway. I mean, I'm older than you are, but I didn't grow up having to be careful and worry about catching a disease if I had sat in her. Und es ist wichtig, dass Sie wissen, dass es AIDS gibt, dass man so fertig sein muss, dass man eine Krankheit bekommen kann. Glauben Sie, dass diese junge Generation in der Lage ist, die Situation zu verändern? Sie müssen wissen, was los ist, dass man es nicht bekommt, was man tun kann, dass man es nicht bekommt. Wir haben darüber gesprochen und ich wusste gar nicht, wie weit die Forschung schon ist, den AIDS anzukämpfen. Und das ist eine gute Idee. Vielen Dank. Auf meiner anderen Seite habe ich charmanten Herrenbesuch. Gestern war er noch beim Red Ribbon Celebration Concert auf der Bühne. Später singt er für uns, Opernstar Erwin Schrott. Sie werden auf der Bühne sein, Sie werden uns später singen. Ich hoffe, Sie haben nicht zu lange gefeiert oder zu lange gefeiert. Oh mein Gott, nicht überhaupt nicht. Es ist ganz toll, dass ich hier sein kann. Es ist wirklich ganz überraschend und ganz toll. Sie werden in der Fashion Show mit dem Premiere von Life Tango, mit dem du selbst geschrieben hast. Ich wusste nicht. Es ist eigentlich eine Kooperation mit einigen Freunden von mir. In Uruguay war und in Uruguay haben wir diesen Song aufgenommen. Montevideo, New York und vielen anderen Orten haben wir das aufgenommen. Es ist Haus, Tag, Tango. Ja, es passt alles sehr, sehr gut zusammen. Das Endprodukt ist toll und die Bedeutung ist das Leben. Das ist die Botschaft. Ich denke, Tango ist eine von deinen Passionen. Könntest du mich schnell erzählen, wie zu Tango? Wie zu Tango? Ja, oder ist es nicht möglich in einem Moment? Wie kann ich sagen, nein, aber ich kann versuchen. Was ist die wichtigste Sache? Ich denke, es ist eine sehr sensuelle Tans. Es ist sehr sensuelle. Die wichtigste Sache ist, dass du sehr relaxierst mit mir. Trust mich, wenn du kannst. Okay, relaxierst mit dir ist nicht möglich für eine Frau, aber das ist richtig. Ganz entspannt. Ja, okay. Man muss einander sehr nahe kommen und dann muss man sich synchron bewegen. So wie wenn ich spazieren gehe, gehen auch sie mit mir spazieren. Und jetzt tanzen wir eigentlich schon. Das nächste Mal werde ich Ihnen den Tango noch intensiv vorbeibringen. Danke, Herr Schrott. Danke, Herr Schrott. Danke, Herr Schrott. Danke, Herr Schrott. Ja, wir sind wirklich sehr glücklich, deine Performance später auf dem Tisch sehen. Und das sind natürlich nur zwei der großen, großen Stars, die sich rund um den Liveball hier in Wien einfinden. Kein Wunder, dass die Presse der Kopf steht. Ja, ich bin vapor, dass es nicht gutgesch ist. Ah!